Wir müssen anfangen, ich habe meine Cola schon zur Hälfte ausgetrunken. Hallo Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge vom goldenen Lesezeichen. Ja, ich bin heute mal wieder nicht alleine dabei, sondern ich habe den guten Gary an meiner Seite. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist nämlich an mich herangetreten und hast gesagt, du könntest dir vorstellen, diesem Format ein Buch vorzustellen. Und zwar, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht ein Buch mit dem Titel Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Das ist ja eine Autobiografie von Joachim Meyerhoff oder eine Lebensabschnittsbiografie kann man eigentlich eher so sagen. Also es ist jetzt nicht sein ganzes Leben, sondern es handelt einen Abschnitt seines Lebens. Da können wir schon mal so ein bisschen vorgreifen. Er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, die unter dem Titel Alle Toten fliegen hoch erschienen sind. Fünf Bücher gibt es da insgesamt und sechs Theaterprogramme, die auch unter seiner Regie entstanden sind. Und die gehen halt ganz viel auf Passagen aus seinem Leben ein. Die entsetzliche Lücke ist halt ein Teil davon. Ich kann dir kurz sagen, wie ich auf das Buch gekommen bin und zwar über einen anderen Podcast tatsächlich. Das war irgendein Interview-Podcast. Ja, Hotel Matze heißt der. Genau. Und da waren tatsächlich die beiden von Jerks, Farid Yadim und Christian Ulm. Und der Farid Yadim hat das irgendwie als Buch empfohlen, weil sie da gerade über Schauspielerei gesprochen haben. Und irgendwie hat er das so gesagt, dass es sich irgendwie interessant angehört hat. Und dann habe ich das gesucht und war dann da relativ schnell auch, also ziemlich drin, sehr begeistert davon. Weil ich das irgendwie so einst sehr prägnant fühle oder sehr eindrücklich war für mich, dachte ich, sollte es das vielleicht auch mal lesen. Weil wir ja eigentlich so in vielen Dingen so denselben Geschmack auch haben. Das passt meistens ganz gut. Und ich bin auch sehr gespannt, ob es dieses Mal auch so ist. Tatsächlich. Wollen wir das direkt vorab schon mal klären? Ja, ja, genau, genau, genau. Sag mal, wie fandest du das Buch, Thilo? Mo! Mo! Oh mein Gott! Mein Lieberling! So wollte ich eigentlich den Podcast vergessen, aber komplett vergessen. Mo! Mo! Nein, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Also es ist gar nicht unbedingt mein Genre gewesen, weil es sich ja hier um eine Autobiografie handelt. Aber das war so witzig und unterhaltsam geschrieben, so kurzweilig auch, so interessant. Wir können ja erst mal, habe ich für euch so eine kleine Biografie des Autors vorbereitet. Die können wir ja zu Anfang erst mal durchnehmen. Und dann können wir uns so nach und nach in das Buch so ein bisschen reinarbeiten. Was hältst du davon? Ja, finde ich einen guten Plan. Mach mal. Ja, auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen. Super. Ich habe es mir auch schon gedacht, weil ich habe ja zumindest dann irgendwie, wir haben uns ja ausgetauscht. Du sagst, du fängst das jetzt an zu hören und nach relativ kurzer Zeit warst du dann schon relativ weit. Da habe ich mir gedacht, ja, so Scheiße kann er es ja nicht finden, wenn er es so schnell hört. Also von daher. Ja, ich glaube nach einer Woche hatte ich das schon fertig. Ich habe das, ich habe meinen Vater besucht und auf der Busfahrt dahin, also da ist man fast drei Stunden insgesamt unterwegs, wenn man das, wenn man das alles zusammenzieht. Und da habe ich nur das gehört und war dann auch in den nächsten Tagen, hat abends immer Spaziergänge gemacht lange und da habe ich das dann auch viel gehört. Und musstest du dann im Bus auch ab und zu? Ja, ich musste sehr grinsen, also ich habe mir das Lachen noch unterdrücken können. Gelacht habe ich dann eher, wenn ich das zu Hause gehört habe oder im Wald dann. Also ich habe es ja nochmal jetzt durchgehört gehabt, im Schnelldurchlauf zumindest so und mir ging es, also im Schnelldurchlauf halt, na nicht alles, so immer mal ein bisschen geskippt und so ein paar Stellen nochmal angehört und mir ging es auf jeden Fall auch so. Ich bin dann irgendwie gestern hier über die Brücke in Münster gelaufen und musste dann auf einmal, ja nicht losprusten, aber auf jeden Fall loslachen, so. Also das war schon, und das ist mir auch dann immer öfters auch beim ersten Mal hören einfach so. Das ging mir, glaube ich, tatsächlich noch nie so beim Hörbuch, dass ich da so oft einfach so unvermittelt tatsächlich auch lachen musste. Also das spricht schon dafür, ja. Ja, es handelt sich dieses Mal auch um eine reine, ja, Hörbuchkritik, kann man sagen, oder Besprechung. Also von dem Buch wissen wir gar nichts, aber ich glaube, dass diese Form ist auch die beste Form, in der man das, glaube ich, auch konsumieren kann, weil es halt auch direkt vom Autoren vorgelesen ist. Ja, weil er es ja auch ist und über sich redet irgendwie, glaube ich so. Und weil er auch Schauspieler ist, da kann er natürlich irgendwie auch, also, ja. Die Stimmen imitieren zum Beispiel, ne? Genau, das macht schon sehr viel Sinn, das als Hörbuch von ihm zu hören. Ja, bei mir ist es jetzt schon wieder eine Woche, anderthalb Wochen ungefähr her, dass ich es gehört habe. Und du hast es jetzt gerade erst wieder gehört, ne? Ja, genau, ich habe es vor ein paar Monaten oder Anfang des Jahres habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal. Und jetzt, wie gesagt, die letzten zwei Tage bin ich mal im Schnelldurchlauf so durch, ne? Ja, dann kannst du ja vielleicht noch einige Lücken schließen, die sich bei mir wieder geöffnet haben. Gut, einmal zum Autoren, also Joachim Philipp Maria Meyerhoff, ist der mit ganzen Namen, wurde in Homburg geboren, ist dann aber am 18. Juli 1967, ist also mittlerweile 54 Jahre alt, ist dann aber schon im ganz jungen Alter, ich glaube von drei Jahren oder so, ist er dann schon nach Schleswig mit seinen Eltern umgezogen, wo ich tatsächlich auch schon viel Zeit verbracht habe. Ich war mal ein halbes Jahr in der Berufsschule in Schleswig und auch so war ich auch schon öfter mal da, also konnte ich da tatsächlich auch was verbinden. Also ich komme ja, oder ich wohne ja hier eh in Norddeutschland, das wisst ihr ja auch. Und dort wohnte er zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden Brüdern auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sein Vater auch tatsächlich leitete. Also da war er der Direktor und da gibt es zu diesem Schwank auch nochmal ein eigenes Buch, gibt es auch dann, glaube ich, auch wieder als Hörbuch, also das wurde auch, glaube ich, alles nochmal vertont. Er ist Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller und hat aber tatsächlich nur in einer Handvoll von Filmen mitgespielt. Also ich glaube insgesamt waren es fünf oder sechs. Zum Beispiel der allererste Film, den er 1989, wo er da mit dabei war, Ein Ring heißt er, er findet auch selbst im Hörbuch nochmal seinen Raum, also da wird es auf jeden Fall nochmal besprochen. Und er war einmal in der Tatort-Folge zu sehen und spielt den Dirk Trumpf, das ist so ein Immobilienhai, in der 2017 erschienenen Bibliotheker-Verfilmung. Ganz der Höhepunkt seiner Karriere. Im Theater hat er dann größtenteils bei Shakespeare und Goethe-Stücken war er dabei, hat auch viele andere Sachen gemacht, aber diese beiden Namen kamen auf jeden Fall immer wieder vor. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, was der alles so gemacht hat. Genau, er hat eben über sein Leben, hat er bisher fünf Bücher geschrieben, die wie gesagt in der Reihe Alle Toten fliegen hoch erschienen sind. Und hat auch selber nochmal aus diesen Büchern sechs Theaterprogramme gemacht. Also es gibt nochmal eins, das bezieht sich nur auf das Bein, oder das heißt das Bein meiner Großmutter, glaube ich, so ähnlich. Und das bezieht sich glaube ich nochmal auf einen Teil hier aus diesem Buch, aber sonst sind die alle, sind die auf jeden Fall auch alle unter seiner Regie im Theater erschienen. Und tatsächlich sehr erfolgreich und immer mit vollen Häusern. Wurde übrigens auch schon sehr oft mit Ehrung und Auszeichnung überhäuft. Also ich glaube in der Theaterszene ist der auf jeden Fall recht bekannt. Also ich denke mal jetzt, klar, Schauspieler nicht. So ist er halt irgendwie nicht. Also Schauspiel, Filmschauspieler auf jeden Fall nicht. Aber in der Theaterszene kennt man ihn so noch. Ja und diese ganze Buchreihe, die er da über sich geschrieben hat, die beginnt halt, wo er in Amerika ein Austauschjahr in seiner Jugend begangen hat und endet dann tatsächlich auch mit diesem Buch, glaube ich. Ne, da kommen noch zwei. Ne, stimmt, das Theaterprogramm, die Theaterreihe endet mit dieser Lücke, dieser entsetzlichen Lücke. Und hier ist es, hier ist es glaube ich Band drei oder vier. Ja, es ist Band drei, glaube ich. Genau, Band drei. Und ich meine, dann kommen halt, genau, dann kommen noch zwei. Also bin ich noch gespannt. Also ich habe jetzt nur das gelesen, den dritten Band und ich glaube dann Amerika den zweiten Band. Aber den habe ich auch noch nicht ganz fertig. Ja, so ging es mir auch. Ich habe direkt, ich habe direkt im Anschluss, habe ich, habe ich mich sofort an Amerika den ersten Band halt gemacht und bin jetzt auch schon beim Viertel. Ja, auf jeden Fall. Ja, das will ich jetzt nicht ganz so runterstürzen wie, wie, wie die Lücke, sondern ein bisschen mehr Zeit mir da lassen. So, weil ich, das, ich meine, ich habe, glaube ich, dann, ich habe wirklich die ganze Zeit nur dieses Hörbuch dann auch gehört. Ach ja, zur Information, zwölf Stunden geht das. Okay. Hat sich aber nicht so lange angefühlt. Also ich habe ja in der, in der letzten Buchbesprechung, wo ja auch die Lucy dabei war, bei das letzte Geheimnis, das Hörbuch ging zum Beispiel nur sechs Stunden und das ist in meinem Empfinden viel länger gewesen, weil das halt nicht so kurzweilig ist. Es ist echt kurzweilig, kommt eigentlich kaum Langeweile auf, so, also zumindest bei mir ist da. Ja, wenn ihr euch für das Theater interessiert, ich habe mir auch nochmal eine Theaterkritik im Vorfeld angeschaut und euch da auch nochmal die Kritik rausgesucht und den Trailer, die sind beide auch nochmal im Anhang verlinkt. Genau. Dann hat er auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Karriere am Theater gemacht, war bei super vielen Stücken dabei, hat selber auch oft Regie geführt und lebt mittlerweile, nachdem er vorher in Wien gewohnt hat, jetzt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin. Das ist so, so weit zu, zu dem guten Meierhof. Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zum Hörbuch selber, wie gesagt oder vielleicht wie nur so bisher angedeutet, er hat es selber als Bühnenprogramm auch nochmal vorgeführt, aber nur als Lesung tatsächlich und daraus ist halt dieses, dieses Hörbuch entstanden. Ja, also man hört ja auch die Leute im Hintergrund dann lachen, also fast so wie bei einer Sitcom irgendwie so ein bisschen, da habe ich manchmal so das Gefühl, das hilft tatsächlich, also ich hätte auch so immer lachen müssen, aber irgendwie fand ich das gar nicht so schlecht irgendwie, dass du in dem Fall, dass da Leute immer mit dir gelacht haben, weil du hast einfach gehört, dass die auch alle wirklich sehr ehrlich gelacht haben. Das ist. Ja, es wirkt halt auch wirklich wie so ein Comedy-Programm, ne? Ja. Du hast ja hier diesen stetigen Wechsel oder diese Kombination aus Haus der Großeltern und Schauspielschule, die sich halt wirklich lange, also die wirklich den größten Teil des Buches oder des Hörbuches einnimmt und das hat einfach hervorragend funktioniert, finde ich. Also da kam für mich auch wirklich keine Langeweile auf. Die kam dann tatsächlich erst, das kann ich ja jetzt auch schon mal sagen, bevor wir dann gleich ein bisschen zum Inhalt kommen noch, die kamen mehr so im letzten Viertel, im letzten, ja sagen wir mal im letzten Viertel, letztes Drittel. Ich glaube, ich weiß sogar, ab wann das so, kann ich mir fast sogar vorstellen, wann du meinst, aber ja. Ja. Die Luft geht so ein bisschen raus, wenn er selber dann auch die Schauspielschule abgeschlossen hat. Ja, ja. Weil dann nimmt auch die, ich sag mal, das Pfeffer der Geschichte geht ein bisschen zurück. Wir sprechen jetzt hier über keine lange Phase in dem Buch oder in dem Hörbuch, ist was ich meine. Ganz zum Schluss hat es mich dann auch wieder bekommen. Also es kriegt zum Schluss auch nochmal wirklich den Bogen raus und hat mich dann mit einem ganz guten Ende oder auch einem nachdenklichen Ende verlassen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Wie hast du das so empfunden? Ja, ich glaube ähnlich. Also der Einstieg war halt ziemlicher Kracher so, also ich war da völlig reingezogen von und dann ist man da erstmal eine ganze Zeit sowieso. Ja, du hast recht. Später gibt es dann, gibt es dann so einen gewissen, so einen gewissen Bruch irgendwie. Und dann wird es, aber ich glaube, richtig gelangweilt oder so habe ich mich nie. Also es war glaube ich nur vorher. So stimmt das nicht. Ja, ja, es war halt so, vorher hat das eigentlich immer ein ziemliches Tempo alles so gehabt und dann ist es halt vielleicht so ein bisschen runtergegangen vom Tempo. Das kann man vielleicht so sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und die Geschichten waren vielleicht auch nicht mehr ganz so krass. Ja, das kann sein, genau. Ja, die waren dann so ein bisschen braver oder so. Ja, genau. Also trotzdem war das ein sehr, sehr gutes Erlebnis für mich jetzt. Also das tut dem jetzt keinen Abbruch. Was mir auch gut gefallen hat, weil das ist tatsächlich oft so ein Downer bei mir in solchen Büchern, gerade wenn da so viele Comedy-Aspekte dabei sind und das so flott von der Hand geht. Also du hast ja auch wenig schwere Themen oder so eine melancholische Stimmung. Das hast du, wenn überhaupt, dann mehr so zum Ende hin und ganz am Anfang so ein bisschen. Wo er dann über den Tod von seinem Brüder dann erzählt. Und ja, also Spoiler, es endet halt damit. Was heißt, es ist ja eine Besprechung. Spoiler, hier wird ja sowieso auf alles eingegangen. Es endet ja dann später auch mit dem Tod der Großeltern. Und der Vater stirbt ja dann später auch noch. Und das ist dann schon recht heftig. Was mich teilweise so ein bisschen rausgebracht hat bei solchen Themen, ist, dass der Meyerhoff alles immer sehr laut vorträgt. Okay. Also immer mit einer sehr kräftigen, lauten Stimme. Und das ist bei solchen Themen, teilweise habe ich es dann nicht ganz so gefühlt, weil er dann mit der Stimme nicht runtergeht, sondern ist die ganze Zeit auf so einer Vortragsstimme. Ja, sehr energiegeladen eigentlich immer. Oder hat er immer Power drin irgendwie. Okay, also ich weiß nicht, ob du das noch machen willst, aber nochmal so insgesamt die Inhaltsangabe oder welche Zeit in seinem Leben das aufnimmt, das Buch. Ja, kannst du ja gerne einsteigen. Also das wäre jetzt auch der nächste Punkt gewesen. Ja, alles klar. Genau, also ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, aber er wird glaube ich nach dem, es muss nach dem Abitur sein, weil er eigentlich, er hatte die Wahl, entweder Zivildienst zu machen oder halt an eine Schauspielschule zu gehen. Das heißt, er wird ja Anfang 20 oder so gewesen sein. Und dann Banan handelt das Buch von der Zeit, wo er quasi zu seinen Großeltern nach München geht. Er kommt aus dem Hohen Norden, geht zum ersten Mal. Nee, das stimmt gar nicht. Er war ja schon mal weiter weg. Er war ja schon mal in Amerika, aber er wohnt jetzt dann halt in München und erzählt von, ja, von seinem, wie er mit seinen Großeltern dort lebt, wie er die Zeit verbracht hat und die ganzen Eindrücke, die er in der Schauspielschule gewinnt, seine Erfahrungen, viele Anedoten und kleine Storys beschreibt, beschreibt seine Mitkollegen und Mitschüler, seine Lehrer und die Fächer. Genau, die Fächer und das so zwei, drei Jahre, bis er fertig ist und dann seine ersten Anfänge, die er dann als Schauspieler, als richtiger Schauspieler dann startet. Das ist so der Zeitrahmen, in dem sich das Ganze handelt. 1985 stirbt sein Bruder Martin, während er halt noch auf diesem Austausch in Amerika ist, bei einem Autounfall. Der Joachim ist halt bei diesem Austausch. Und das stürzt ihn halt in eine ziemlich tiefe Sinneskrise. Und um halt sich von diesem Schmerz, von dieser Trauer abzulenken, aber auch irgendwas wieder zu machen, bewirbt er sich halt ... Moment, ich habe das auch noch mal aufgeschrieben, wo er sich bewirbt. An der Schauspielschule Otto Falkenberg in München. Und du hattest es ja vorhin schon gesagt, da wohnen halt dann auch die Großeltern in der ziemlich großen Villa mit ausladendem Garten und mindestens zwei Angestellten. Ja, mindestens zwei Angestellten, genau. Ja, es tauchen immer mal wieder auch andere auf. Ja, aber ich glaube, auf jeden Fall sind es zwei feste Angestellte, die wirklich sie sehr lange auch begleiten. Und man muss sagen, diese Villa ist ganz nah am Schloss Nymphenburg, am Schlosspark. Das ist ja so ein Stadtschloss da in München. Ja, gegenüber fast schon. Oder gegenüber quasi, ja, genau. Also super wohlhabende Leute. Ich habe da auch vorhin noch mal so ein Zitat draus geschrieben. Der zentrale Punkt in ihrem Dasein bestand darin, Überraschungen zu vermeiden. Ja, das beschreibt sie sehr gut, ja. Ja, da können wir ja erstmal so ein bisschen drauf eingehen, weil so beginnt das Buch ja auch. Also du wirst direkt am Anfang schon mit ganz, ganz vielen Kuriositäten der Großeltern oder des Verhaltens des Alltages der Großeltern, damit wirst du direkt schon konfrontiert. Ja, die Großmutter selber ist ja ehemalige Schauspielerin, auch eine ganz, ganz große. Also immer, wenn er irgendwo erwähnt, wer seine Großmutter eigentlich ist, dann wird immer geraunt und ganz viel Ehrfurcht davor gesprochen. Inge Birkmann. Ah, gut, dass du es dir nochmal rausgeschrieben hast. Das habe ich jetzt hier gar nicht stehen, genau. Und der Großvater selber war christlicher Philosoph. So hauptsächlich, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ja, christlicher Philosoph hört sich so ein bisschen, also er war gläubig auf jeden Fall. Ob er jetzt ein christlicher Philosoph war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Philosophie-Professor war er, ne? Ja. Hermann Krings heißt er. Ja, hieß er. Du hast halt dann diese große Villa, wo er dann einzieht, in der auch sich über all die Jahre, also wirklich die Zeit stillzustehen scheint. Also es wird fast nichts verändert. Es bleibt immer alles am gleichen Ort. Wenn überhaupt kommen mal neue Gegenstände dazu, aber alte verschwinden auch nicht. Es, keine Gegenstände verschwinden, also es ist ja dann zum Schluss beim Buch ist es so, dass er dann nochmal beschreibt zum Beispiel, dass die Tische oder Sofas mit ihren Stelzen quasi wie so wirklich so richtig runde, münzgroße Abdrücke hinterlassen haben. Und deswegen mussten die quasi genau immer an der Stelle dann bleiben, damit man diese Abdrücke nicht sieht, also. Genau, teilweise haben die sich auch schon so schwarz verfärbt und sowas. Ja, genau. Über die ganzen Jahre, ne? Was ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert fand und auch ein bisschen bedenklich, ist der tägliche Alkoholkonsum, dem da gefrönt wird. Und auch der Tablettenkonsum. Also das, da war ich wirklich so hui. Ich war dann auch später noch bei meinem Vater und habe ihm auch schon so ein bisschen davon erzählt so. Und da kam dann so ein bisschen die Diskussion auf, sind das jetzt Trinker oder tatsächlich schon Alkoholiker gewesen? Also das ist wirklich heftig. Ich kann das ja mal so ein bisschen umschreiben. Das beginnt schon morgens mit einer Alkoholmundspülung, also alkoholische Mundspülung, die sie extra von ihrer Apothekerin haben, fertig lassen. Das ist auch so geil, dass sie, sie haben echt wirklich, glaube ich, so eine Apothekerin des Vertrauens, die ihnen echt alles, was es so an narkotischen Mitteln irgendwie gibt, drüber schiebt, sozusagen, ne? Also. Die Großmutter hat ja in ihrer Jugend einen Unfall gehabt und ein verkürztes Bein, also ein Autounfall war das wohl auch, also ein total vernarbtes, verkürztes Bein und musste es auch irgendwie ständig behandeln und so weiter, ne? Also nach dieser Mundspülung geht es dann zum Sekt- beziehungsweise Champagner-Fürstück. Champagner, Champagner. Ja, das wird zwischendurch gewechselt. Also es war, glaube ich, erst Sekt. Früher war es Sekt, genau das hat er gesagt und dann war ja die Aussage so, ja, aber da, die empfanden dann in ihrem hohen Alter, müsste ihr hohes Alter eigentlich dadurch gewürdigt werden, dass sie jetzt halt jetzt doch Champagner trinken, um ihr erreichtes hohes Alter zu würdigen, sozusagen. Dann gibt es halt doch Champagner. Die ersten Kapitel beginnen immer damit, so, dann zu der Tageszeit war dann das dran und dann kam irgendwie der Whisky und teilweise sogar irgendwelche Alkoholsorten, die ich gar nicht kannte. Ich kann ja, ich habe da nämlich genau auf den Ablauf nochmal geachtet, also morgens. Oh, sehr gut. Morgens zwei Gläser Champagner. Ja, dann kommt halt das Mittagsessen. Dazu gibt es dann, ich glaube, das war meistens eher so Weißwein. Ja. Und dann kam ja die Mittagspause, wo absolute Ruhe quasi sein musste, irgendwie so bis abends. Das war für ihn auch immer so ein bisschen, ja, ist natürlich super schwierig irgendwie. So eine tote Zeit, kann man fast sagen. Und um 18 Uhr war dann Whiskyzeit, auf jeden Fall. Also dann, dann gab es mehrere Gläser Whisky. Dann wurde Abend gegessen und ich glaube, dazu gab es dann auch schon Wein. Und dann ging es in den Abend quasi mit Wein los. Ich glaube, dann Rotwein eher so. Und das ging dann so bis 10 Uhr. Und dann gab es Contreau. So ein Orangenlikör ist das dann, ne? Ja, das kannte ich nämlich zum Beispiel nicht. Ja, ich kann es auch nur vom Namen. Und das war dann das Zeichen immer so, okay, jetzt geht es langsam, geht der Abend langsam zu Ende, wenn es den Contreau gibt. Und dann, 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 weiß ich ja so, dann kommen sie halt, dann gehen seine Großeltern schwankend jeder auf ihren, auf dem Treppenlift. Treppenlift und wie Engel schwebten sie volltrunken die Treppe hinauf, irgendwie hat er dann geschrieben. Und er hat den selber dann öfters mal benutzt, wenn er, wenn er dann auch schon irgendwie wieder Knülle war, hat diesen Treppenlift benutzt. Also das ist, das war hart. Das ist schon, das ist schon irgendwie bedenklich, aber auch, auch, auch sehr funny, muss ich sagen. Es ist halt super funny, ja. Aber die Frage, ne, sind es Alkoholiker oder Trinker, ne? Das habe ich mich auch gestellt, ne? Weil, hm. Sie funktionieren ja zumindest, also zumindest, ich glaube, wenn ihr Leben, wenn irgendwas sie aus der Bahn werfen würde oder sie zum Beispiel jetzt nicht mehr in einem Haus leben könnten oder was weiß ich, dann würde sich das wahrscheinlich sehr stark negativ bemerkbar machen, ne? Aber sie können ja die ganze Zeit, sag ich mal, diesen Lebensstil, das funktioniert ja für sie, ne? Es ist ja auch nicht so, dass jetzt sie die Probleme anscheinend mit der Leber kriegen oder so. Sie werden ja auch recht alt. Klar, so gebrechlich, aber irgendwie, ich sag mal, es funktioniert halt irgendwie tatsächlich für sie, ne? Also. Ja, das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja, das ist krass. Wie man so lange, so krass, ja, fast eigentlich kontrolliert Alkohol trinken kann, ohne, ohne wirklich großen Schaden davon zu nehmen. Und dann halt auch noch, ja, jeden Tag mindestens 15 Tabletten, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, dann zum Frühstück. Ja. Fand ich halt auch wirklich krass. Also, da war ich so. Also, das sind auf jeden Fall zwei Charaktere, ja, mit denen man es, glaube ich, auch nicht unbedingt immer einfach hatte, so. Nö. Also, wie würde man sie beschreiben, die Großeltern? Ja, das wäre der nächste Punkt. Genau, das können wir gerne machen. Also, wir können ja erstmal bei ihm anfangen, weil ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht super viel zu sagen. Auf jeden Fall sehr streng. Ja. Und er beschreibt nachher das auch so, dass er eigentlich fast nie mit ihm oder ihr alleine geredet hat, sondern dass sie immer so als Du funktioniert haben. Auf jeden Fall sehr, sehr schwerhörig auch. Ja, wird immer schwerhöriger, ja. Aber ihm, muss ich sagen, im Gegensatz jetzt zu ihr, er war mir auch nie wirklich so richtig greifbar. Es gibt eine Serie, die heißt Marvelous Miss Maisel, die in den 50ern, glaube ich. und da gibt es auch ein paar Großeltern, die in New York leben und die tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind. Also, da hatte ich, und ich muss sagen, ich hatte sein Gesicht, hatte ich immer den Darsteller des Großvaters in der Serie dann vor Augen, weil der nämlich auch ein Professor war, zwar ein Mathematikprofessor und auch sehr akribisch, so wie er. Er ist ja auch ein unglaublich akribischer Mensch, ne, also, der Joachim, äh, beschreibt ja die ganzen Bücher von ihm, Kant und alle, was weiß ich, alle, alle Philosophen, die er, wo er wirklich, ähm, eigentlich jede Seite des Buches mit eigenen Notizen vollgekritzelt hat und so, ne. Und er erstellt ja seine Listen für alles Mögliche. Ja, das ist auch so gut. Ja, das ist unglaublich. Wenn, wenn sie wandern gehen, dann hat er Karten, die sie schon seit zig Jahrzehnten haben, wo er alles, die Wanderwege, die sie alle schon gegangen sind, genau aufschreiben, wo dann zum Beispiel irgendwie auch steht, sowas wie, hier haben wir irgendwie 1962 einen famosen Steinpilz gefunden oder so, ne, also sowas, ne. Ja, und die auch immer wieder korrigiert werden, ne, weil dann teilweise die Wirtshäuser überhaupt nicht mehr existieren. Oder erzählt dann auch eine Geschichte, wo sie dann mit der Familie, weil sie dann oft mit der Familie wandern gewesen sind, also mit der Mutter von dem Joachim und seinen Brüdern und eben die Großeltern und dann kommen sie an so einen Bach mit klarem Wasser und trinken dann halt davon und erleben halt alle eine super krasse Lebensmittelvergiftung und das trägt er dann auch ein, nicht trinkbares Wasser. Ja, generell, genau, führt wirklich über alles Listen, auch bis ins hohe Alter noch, also bis es halt wirklich so weit geht, dass man seine Schrift überhaupt nicht mehr lesen kann, weil er, also auch bei ihm nimmt die Sehkraft immer weiter ab. Genau, ich wollte noch sagen, in der Serie, The Marvelous Miss Maisel, da wird dieser Großvater gespielt von, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber es ist der Schauspieler, der auch den Monk spielt. Und genau, der ist dann natürlich schon ein bisschen älter und der hat wirklich vom Aussehen irgendwie, also ich hatte ihn immer, zumindest vom Aussehen her hatte ich ihn tatsächlich immer vor Augen und auch dann immer so ein bisschen die Stimme, weil das für mich irgendwie so gepasst hat. Ja, ich habe dann irgendwann mal gegoogelt, wie die aussehen tatsächlich. Von ihm gibt es, habe ich ein Foto nur gefunden? Ja. Was halt, wo er auch schon super alt war. Ja, genau, hatte ich auch, ich habe nur von ihr, aber von ihr habe ich auch keine jüngeren Fotos gefunden, auch echt nur, wo sie halt wirklich schon diese Großmutter irgendwie so war, ne? Ja, so ein paar jüngere habe ich gefunden, oder wo sie so, vielleicht so 40 war. Ja, genau. So was, ne? So in die Ecke, ja. Genau, dann können wir, ich weiß nicht, hast du noch was zu ihm? Mal überlegen, also er war auf jeden Fall gläubig, aber trotzdem sehr, also ich glaube, ja, als Professor, er war schon irgendwie ein heller Kopf, der sich auch, der jetzt glaube ich nicht, zumindest finde ich, hört man das durch die Erzählung durch, dass er jetzt nicht so ein Fest, im Kopf so festgefahren war oder so, oder nicht zu festgefahren. Ich fand, ich empfand ihn nicht so als, also streng schon oder eine strenge Art, aber nicht wirklich so dieses, eigentlich eher liebevoll, würde ich sagen. Und dann, ja, genau, und dann streng. Aber vielleicht eher so, ja, vielleicht eher so diese typische, ja weiß nicht, Altersstränge, die man mit dieser Generation so verbindet, auch halt, ne? Genau. Genau, dann kommen wir doch mal zu ihr, da gibt es, glaube ich, noch viel mehr zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Und um einmal die, meine eigentlich geplante Einleitung, dieses Moor, Herrschaftszeiten, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Lieberling, das tut mir so leid. Ja, also sie, sie fängt ganz, ganz viele ihrer Sätze mit Moor an und sie ist generell super theatralisch, sie ist halt eine ehemalige große Schauspielerin gewesen, der es dann aber irgendwann zu doof wurde, weil sie die gängigen Standards ihrer Zeit dann nicht mehr, nicht mehr mochte oder so, so in der Art und hat sich dann vom Schauspiel zurückgezogen und ja, dann halt auch mit ihm zusammen in diese Villa hat in ihrer Jugend, das erfährt man dann alles ein bisschen später aus, teilweise aus ihren Tagebüchern, weil sie selber erzählt eigentlich sehr, sehr wenig über, ja, über ihre Jugend oder über das, was sie so hat werden lassen, wie sie dann, wie sie dann war später. Also sie hat einen Unfall gehabt, wo ihr, ihr Freund, glaube ich, damals, ja, ich glaube, sie war sogar verheiratet, sie war auf jeden Fall schon mal verheiratet, ja. Ja, wo auf jeden Fall ihr, ihr Geliebter dabei gestorben ist und ihr Bein hat es halt auch voll, voll der Keine abgekriegt und das hat bei ihr so eine Wesenswandlung durchgemacht. Also früher wird sie als sehr, wie soll man das sagen, sehr aufgeweckt und liebevoll und auch, ja, ausgeglichen beschrieben, auch wunderschön damals schon, also es wird immer wieder gesagt, dass sie auch im hohen Alter, selbst auf dem Sterbebett wurde sie, wurde sie noch als wirklich schön beschrieben und umwerfend und hat auch über die Jahre viele Verehrer gehabt, also die tauchen dann teilweise auch zwischendurch mal auf im Buch, fand ich auch immer sehr, sehr witzig irgendwie und genau und jetzt ist sie halt so eine, man kann eigentlich sagen, eine klassische Diva. Ja, schon so ein bisschen, ne, auf jeden Fall. Alles wird mit ganz großen Gesten teilweise, gib mir mal die Butter, wird mit einer großen Geste unterlegt und hochtheatralisch wird gesprochen, man muss sie, man muss sie immer ganz oft bitten, wenn sie, wenn du, wenn sie irgendwas für einen tun will und oder tun soll. Also sie, irgendwie das Schauspiel, das sie, glaube ich, jetzt im Theater nicht mehr hat schon seit langem, das, das versucht sie dann in den Altertag wahrscheinlich so ein bisschen damit, damit rein zu, reinzubringen, so, ne, dass sie halt, ähm, sehr, sehr bedacht und sehr langsam und betont spricht und, ähm, selbst kleine Sachen, sowas wie, gib mir mal die Butter, genau, oder, ähm, ja, weiß nicht, der Brie ist heute so gut, ähm, so, äh, verpackt, dass, dass man erstmal einen Schreck kriegt, irgendwie, was ist jetzt, jetzt los, irgendwie so, ne. Ja, Maw. Maw. Herrschaft, Zeiten, der Brie und dann, also es werden immer viele Pausen, immer viele theatralische Pausen gelassen. An einer Stelle beschreibt er es ja nochmal ein bisschen genauer, wie er, ähm, also wie, wie der Joachim das empfindet, wie sie die Worte quasi ausspricht vor allen Dingen, ne. Und, äh, da hat er nochmal eine ganze Passage dazu, wo er tatsächlich nur darauf eingeht, ihre Art zu sprechen und sich zu, zu geben, ne. Ja, was ich halt so krass finde bei diesem Buch und wo ich dann teilweise auch ein bisschen skeptisch bin, ob das jetzt wirklich auch alles so passiert ist, ist, mit was für einem Detail er da reingeht. Teilweise erzählt er irgendwas, wo er fünf Jahre alt war und jede kleine Geste wird irgendwie beschrieben und wie es im Raum gerochen hat und, äh, wie, wo, welches Möbelstück stand, zum Beispiel jetzt, ne, wo ich dann auch so, hm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wir können ja nochmal gucken, gibt es noch was zur Großmutter, weil dann können wir ja direkt zu Joachim weitergehen. Können wir ja sonst auch im Laufe der, der Geschichte immer nochmal einfließen lassen, wenn uns noch was einfällt. Genau, also sie ist, sie ist irgendwie eine, glaube ich, sehr stil, stilbewusste oder stilvolle auf ihre Fassung warnende Frau auf jeden Fall, ne, mit, mit großen Gesten, ja. Und umgibt sich immer mit dem Schalima-Parfüm. Ja, mit dem Schalima, stimmt, da hat er auch einige Zeit drüber geschrieben. Das habe ich mir extra nochmal rausgesucht. Und sie sind beide auch immer sehr gut gekleidet, sagt er, ne, da legen sie ganz, ganz großen Wert drauf, dass sie wirklich immer hervorragend gekleidet sind da. Also über die Großmutter könnte man wirklich eine eigene Folge machen, über die wird so viel erzählt in dem Buch. Und wir wollen euch vielleicht auch nicht alles vorführen. Also wenn ihr darum reingehen wollt. Ja, das stimmt auch. So, wo wolltest du jetzt als nächstes hin? Ich wäre dann jetzt zum Joachim gegangen. Ja, das können wir gerne machen. Der junge Joachim. Er wollte ja eigentlich, wollte er. Schwimmlehrer im Schwesternwohnheim. Genau, er wollte er Zivildienst machen. Er hat sich schon sehr aufs Schwesternwohnheim gefreut. Und da sieht man auch gleich seine, also eine Eigenschaft von ihm. Er hat schon eine sehr lebendige Fantasie auf jeden Fall, wie er sich seine Zeit da im Schwesternwohnheim halt quasi als einziger Mann irgendwie unter den ganzen jungen Pflegerinnen vorgestellt hat. Was auch eine weitere Eigenschaft halt natürlich ist, die gewisse Lüsternheit, die er als junger Knabe immer mit sich rumträgt. Und vor allem die Unbefriedigte ist das, was er halt sagt. Er hat, glaube ich, auch in dem ganzen Buch keine richtige Beziehung, oder? Nee, in dem nicht. Aber in Amerika ist es ja so. Da hat er ja schon eine Freundin. Also er hatte schon vorher eine Freundin auf jeden Fall. In seinem Ort hat er auch schon zwei, drei gehabt. Genau. Das weiß ich auch noch. Aber trotzdem irgendwie, was das angeht, immer noch sehr unbedarft, weil er ja einfach auch nicht sehr selbstbewusst ist. Das stimmt. Das stimmt, genau. Also kurzer Gedanke, der mir jetzt vorher noch gekommen ist, zu dem, was ich vorher noch gesagt habe. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass er in dieser Zeit sehr viel Tagebuch geschrieben hat. Und deswegen gewisse Passagen, gerade auch, wenn er dann auf seine Lehrer trifft und seine Müttschüler, wie er die beschreibt, das ist so detailliert. Ja, ja. Auch die ganzen Dialoge und so, die da stattgefunden haben. Entweder ist er da selber nochmal, ist die Fantasie ein bisschen mit ihm durchgegangen und er hat das teilweise noch so ein bisschen erweitert. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eher so von aus Tagebüchern. Also ich denke auch, dass er Tagebuch wahrscheinlich geschrieben hat. Ich denke aber auch, dass er jemand sowieso ist, der sich gut, sehr starkes Erinnerungsvermögen so hat, weil er ja viel sowieso. Also er ist ja ein sehr genauer Beobachter, sensibler Beobachter, so, ne? Und der saugt da viel schon, glaube ich, auch so auf. Aber ich denke auch, der wird wahrscheinlich Tagebuch geschrieben haben. Und ich glaube auch, dass er beim einen oder anderen ganz sicher einfach Geschichten ein bisschen ausgeschmückt hat, so, ne? Also das denke ich einfach auch. Ist durchaus legitim, finde ich, so, ne? Ja, ist jetzt bei so einer Art Biografie, ist das auch nicht so dramatisch. Also wenn es dann jetzt irgendwie um eine Einstein-Biografie geht oder irgendwelche, weiß ich nicht, Politikern vor allen Dingen oder so. Da sollte man ein bisschen genauer sein, das stimmt. Das ist auch mit ein Grund, warum ich eigentlich so oft einen Bogen mache um Biografien, weil ich den, ich bin ein, ich bin ja, kennst du ja mich auch, also ein grundskeptischer Mensch und da bin ich immer so, ah, das kann doch alles gar nicht so bestimmen. Vor allem, wenn es Autobiografien sind, dann, dann umschreibst du das ja teilweise auch. Wenn du es selber dich beschreibst, dann meinst du, na, hm, ja, ja, das, ja, klar, das stimmt auf jeden Fall, denke ich, na, dass man da immer aus einer bestimmten Sicht irgendwie spricht. Aber ich denke, es ist, das Buch ist ja auch vor allen Dingen echt auch so angelegt, um tatsächlich zu unterhalten auch und, und irgendwie vor allen Dingen ein sehr farbiges, das alles so sehr, diese ganzen Geschichten einfach farbig erscheinen zu lassen, sozusagen, ne. Und, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, auch durchaus sinnvoll, da, wenn da vielleicht eine Wissenslücke oder eine Erinnerungslücke vielleicht sogar ist, ja, dass du das irgendwie schließt, deinem, deiner Fantasie so ein bisschen, ne. Jo, dann gehen wir mal weiter auf seinen Charakter, also er ist, er ist auf jeden Fall auch ein recht zurückhaltender Charakter, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und, wie du es schon sagtest, er beobachtet halt sehr, sehr viel, agiert jetzt selber gar nicht, ist gar nicht so in dieser, in dieser agierenden Rolle oder, oder aktiven Rolle. Ja, ist echt sehr passiv. Man lässt halt, lässt sich, lässt sich viel bitten, ne. So, Joachim, jetzt mach doch mal. Und gerade dann eben auch viel von seinen Lehrern, ne. Ja, das stimmt. Und in dieser Zeit ist er halt auch noch total, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, sehr unsicher und mit schlechtem Selbstbewusstsein, ne. Oder fast gar keins. Ja, ja. Gerade dadurch, dass, dass er ja noch so stark traumatisiert ist von dem Tod seines Bruders. Also, der ist sehr, ja, in so einem Schwebezustand oder weiß gar nicht so richtig, wohin er will. Ja, ich finde ein Buch davor in Amerika, das ihn ja quasi während seiner Schulzeit beschreibt, ist er aber auch, also bevor noch sein Bruder gestorben ist, da kommt er mir auch so vor als derjenige, der immer so ein bisschen, ich würde fast mal so ein bisschen sagen, irgendwie so ein bisschen wie so ein kleiner Loser irgendwie so, ne. Also, wenn er andere Menschen beschreibt, dann beschreibt er die immer meistens, oder andere Menschen in seinem Alter, dann sind das meistens irgendwie so, oh, der zieht sich so und so an und hat schon. Sehr schillernd, ne. Genau, er schillernd, der hat schon genau seinen Stil so gefunden, die sind, oder die Frau ist so, sieht schon richtig fraulich aus und er ist irgendwie noch in der Pubertät und die anderen sind schon viel mehr im Leben drin und er hat das halt noch gar nicht so gefunden, ne. Also, eigentlich so, er weiß noch gar nicht, wer er ist, so würde ich sagen, halt, ne, und. Das passt gut. Ja, ja, und deswegen ist, deswegen glaube ich auch vor allen Dingen so seine Unsicherheit, ne, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall neugierig auch, neugieriger Mensch und sehr offen auch so, dass mir, ja. Ja, genau, also er ist, er schleppt jetzt nicht besonders viele Vorurteile mit sich rum, oder kann sich auch gut auf Situationen anpassen und so weiter. Dann, dann hat er das Vorsprechen in der Schauspielschule, wo er immer total schlecht vorbereitet, nur mit einer Nummer da irgendwie erscheint und mehr oder weniger improvisiert und auch die ganze Zeit am Hadern mit sich ist. Aber irgendwas macht das mit dem Prämium da, irgendwas macht er richtig und mit Biegen und Brechen wird er auf jeden Fall dann auch genommen. Ja, und dann wird groß und breit beschrieben, wie die ganzen, ja, ich glaube, wie viele sind das, so sechs, sieben oder so? So was, ich hab mir zumindest die Namen auch hier nochmal aufgeschrieben. Oh ja, das ist gut, das, wir ergänzen das heute wunderbar. Genau, der eine ist der Gernot, das ist eher so der etwas dickere, der so sehr, eigentlich, sag ich mal, alles nimmt, wie es kommt, so ein bisschen, da auch sehr, ja, immer als sehr gleichgültig beschrieben wird oder. So ein Ruhepol auch, ne? Genau, ein Ruhepol, genau, das ist der Gernot auf jeden Fall. Dann gibt's die, äh, Maria Fernandez, äh, die irgendwie Halbspanerin ist und so einen Silberblick hat, allerdings einen ganz fantastischen Silberblick und er deswegen immer verwirrt war und nicht wusste, ob sie jetzt gerade ihn, äh, irgendwie doch genau anschaut und mit ihm flirtet. Ja, ja, sie wickelt irgendwie auch so das ganze, die ganze Schauspielschule und ihren Finger und so, ja, Frauen wie auch Männer, ja. Ja, genau, Frauen wie auch Männer. Äh, die Agnes, ich glaub auch noch ein ganz, äh, hübsches Mädchen dann, der schöne Alexander. Ja. Und die bayerische Wuchtbrumme, wo ich jetzt aber nicht mehr weiß, wie sie heißt, sie wird meistens als bayerische Wuchtbrumme von ihm bezeichnet. Die aber auch sehr hübsch ist. Ja, genau. Das wird auch nochmal gesagt, also, dass sie, sie hat so zwei Seiten in sich, also später wird auch, wird sie, wird sie auch so beschrieben, dass sie ihren bayerischen Dialekt und dieses Brachiale auch so ein bisschen ablegt oder sich abtrainiert. Ja. Und dann einfach auch, ne, ich glaub von all denen auch fast die größte Karriere hat. Ja, ja, sie startet ziemlich gut durch, glaub ich, danach, ne. Genau. Und er hat das Dilemma, dass er sich einfach in alle, in alle verliebt. In alle, ich glaub vier Mädels sind es ja, du hast, eine hast du glaub ich noch vergessen. Ja, genau, die schüchterne Viktoria ist das. Ja, ja, richtig, genau. Und dann, dann gibt's noch den Etienne, der so ein bisschen, ich glaub so rebellmäßig oder so ein bisschen sehr eigenwilliger auch Typ irgendwie ist, der dann irgendwie noch ein bisschen Chaos später steht. Ja, und auch aufgewachsen auf See, ne, ist, äh, von Hafen zu Hafen mit seinem Vater, der Kapitän war. Ja, ja. Er ist genau das Gegenteil, glaub ich, so von Joachim halt, ne, also er halt halt, dadurch, dass er schon überall war und so hat er irgendwie schon großes ausgeprägtes Selbstbewusstsein, so, ne. Ja, viele Kneipenschlägereien gehabt. Ja, genau, ja, ja, ja. So, so war's, ne. Ja, der, der wurde mir ein bisschen zu hart angeteast, so, ähm, du sagtest ja vorhin schon, der, der, äh, mit dem werden wir später noch einige Schere reinhaben und so weiter. Aber da kam dann für mich, kam gar nicht mehr so viel. Ja, ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Ich hab's jetzt nur noch nämlich im Kopf, dass er ihn so am Anfang beschrieben hat, dass er dann irgendwie, ja, Schwierigkeiten gemacht hat. Aber ich hab's jetzt tatsächlich auch nicht mehr im Kopf oder jetzt nicht mehr gehört, was da genau war. Das ist tatsächlich auch für mich nochmal, ich weiß nicht, ob's direkt ein Kritikpunkt ist, aber das ist etwas, was ich mir gewünscht hätte, dass man, nachdem eben die Schauspielschule zu Ende ist, dass man noch ein bisschen mehr über die erfährt. Ja. Wo gehen die jetzt hin? Es wird kurz erzählt, also, da wird nicht viel Zeit drauf verwandt, aber gerade bei dem Etienne hätte es mich nochmal interessiert, weil ich den Charakter auch wirklich gern mochte, so. Ja, das, das hat mir zum Schluss noch so ein bisschen gefehlt. Ja, das stimmt. Es wird super lange und viel erzählt, was die Großeltern noch machen und so, aber was, was jetzt die, die Mitschüler angeht. Ja, das stimmt, ja. Das endet dann irgendwann. Entweder hat er das selber, weiß er das einfach nicht mehr, weil er mit denen komplett keinen Kontakt mehr hatte, aber. Ja, ich weiß auch nicht, ja. Naja, dann lernt er auch die ganzen Lehrer kennen, da ist auf jeden Fall die, hast du da die Namen teilweise noch? Nee, ich hab tatsächlich nur den Namen von der Gretchen Kinski, die Ballettlehrerin und Mentorin ist, Mentorin, mit der er eigentlich auch, glaube ich, am meisten zu tun hat. Na, dann hab ich vergessen, wie dieser Aikido, sie haben noch einen Aikido-Lehrer auf jeden Fall, der ihnen auch so eher so ein bisschen sportliche Sachen beibringt, wie man irgendwie sich abrollt oder so, ne, alles, was man ein bisschen für, ja, ich sag mal, für vielleicht Stunt-mäßige Sachen oder Schwertkampf oder so auf der Bühne bräuchte. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie er heißt. Nee, also da hab ich auch gar keine Namen mehr, ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, auf jeden Fall gibt's da noch diesen Aikido-Lehrer, ne. Wir müssen ja jetzt auch nicht auf alles so komplett detailliert eingehen. Nee, das sind ja eigentlich alle großen Figuren, alle Figuren, die jetzt, die wichtig sind. Ja, und dann gibt's noch die, die unterm Dach, so eine ganz alte. Ach ja, stimmt, ja. Die unterrichtet Theatergeschichte, ne. Ja, irgendwie sowas war das, ja. Ja, die hat so ihr ganzes, ganzes Zimmer unterm Dach, die ist eigentlich schon längst pensioniert. Ja, ja, genau. Und wird jedes Jahr wieder, ja, genau, ermutigt ihre Mitschüler, sie eben noch, sich für sie einzusetzen, dass sie noch ein Jahr bleiben darf. Ja, stimmt, genau so war das, ja. Und die hat ihr ganzes Zimmer auch voll mit irgendwelchen Porträts von alten Schauspielern und so weiter. Genau, und dann gibt's halt, gibt's Sprachunterricht, wo er am Anfang enorm Probleme hat, also auch mit Atemübungen oder seinem Atem generell. Mit seinem eigenen Körper kommt er nicht so ganz zurande, ne. Er ist ja sehr groß, das muss, sollte man vielleicht erwähnen, ich weiß jetzt nicht wie groß. Genau, über 1,90 Meter ist er. Über 1,90 Meter ist er auf jeden Fall, ne. Trotzdem eher so, ich glaub, wahrscheinlich eher so der schlagsige Typ so ein bisschen, ne. Und zum Beispiel erwähnte ja Gretchen Kinski, sie setzt sich einfach auf den Boden und winkelte das eine Bein mühelos an, also in so einer Art Yoga-Pose. Und das war für ihn dann wie so ein Angriff auf ihn, dass man so, so beweglich muss man ja eigentlich sein. Das assoziiert er damit dann so ein bisschen, ne. Er interpretiert auch immer viel, was andere Leute über ihn denken in dem Moment oder so. Das stimmt, ja. Oder, genau, oder dann bei den Atemübungen, ne, dass er da irgendwie völlig aus dem Konzept kommt und, ähm, ist eigentlich immer sehr oft unter Druck, glaub ich, er ist immer sehr oft, setzt er sich selber halt unter Druck, ne. Er kann nicht locker sein, ne. Das ist immer dieses Gretchen, jetzt mach dich doch mal locker. Jetzt mach dich doch mal locker, aber er kann es einfach nicht. Er ist so verkrampft. Ja, ja, schön, dass du so viel noch zur Schauspielschule erzählen kannst, weil zu diesem Thema habe ich mir die wenigsten Notizen gemacht. Da habe ich dann auf jeden Fall noch zum Beispiel, also sie lernen sich ja alle am Anfang kennen. Also wie gesagt, er kommt halt eigentlich vermeintlich gerade so irgendwie rein. Er, er sagt auch mal, er weiß nicht, ob es vielleicht durch einen Anruf von seiner Großmutter eigentlich geregelt wurde, die, ähm, halt, wie gesagt, da noch viele Verbindungen hat, ne, weiß er aber nicht. Auf jeden Fall, ähm, kann er dann da anfangen. Ja, und, ähm, er beschreibt, glaube ich, gerade die erste Zeit so recht genau. Und zwar die erste Übung, die hatte ich mir aufgeschrieben, wo jeder dann einen Zettel ziehen sollte, wo ein, ähm, Schriftsteller und ein Tier draufstehen. Und die Ansage war dann, ihr bereitet euch auf den Text vor, spielt den vor, aber mit dem Tier. Und er hat Theodor Fontane und Nilpferd gezogen. Und musste dann halt als Nilpferd Theodor Fontane irgendwie sprechen, ne. Und genau, das erste ist, er kommt zu seinen Großeltern nach Hause, erzählt ihnen das. Und sie gucken ihn, man, sie gucken, sie gucken, sie gucken ihn eigentlich einfach nur an und verstehen, verstehen gar nicht, was los ist. Und dann regt sich seine, dann regt sich seine Großmutter natürlich auf, was ist denn mit dieser Schule passiert? Und dann, ja, die Gretchen Kinski hat uns die Aufgabe gegeben, Gretchen Kinski, die Gymnastiklehrerin? Warum habt ihr bei der Unterricht und so, ne, also, als wenn da so alles vor die Hunde gehen würde in dieser Schauspielschule, ne. Ja, ihr tut auch immer alles leid, was ihm so passiert, auch wenn ihm gute Sachen passieren. Ja, ja, genau, genau, das ist ja das auch, wie er das beschreibt, genau die Reaktion von seinen Großeltern oder gerade von seiner Großmutter ist immer so, hat irgendetwas oft sehr bemitleidendes irgendwie, ne. Immer, 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 wenn er irgendwie erstaunt und auf einer Seite erfreut, aber auch immer so bemitleidend mit ihm so ein bisschen, ne. Also, das ist, ja, ja, das ist ziemlich genial. Und dann gibt's die Szene, wo sie dann halt nämlich in den Zoo gehen wollen mit seinen Schülerkollegen, um sich halt die Tiere anzustudieren. Das fand ich dann gestern nochmal sehr lustig, wie er dann an die Pforte kommt, sagt, ja, einmal Karte bitte. Ja, ja, ja. Und, äh, dann ist die Verkäuferin, er beschreibt sie auch schon als sehr mürrisch und, äh, eigentlich keinen Bock so. Sehr ausladend. Ausladend, genau. Ja. Und dann 20 Mark oder sowas, ne, und er warst so viel. Ja, okay, dann nur einmal Nilpferd bitte. Und dann bringt er sie halt total auf die Palme, stellt sich vor, wie sie immer größer wird und sich quasi durch diese Sprechlöcher durchquetscht und beschreibt das irgendwie so. Und das ist, ähm, das war auch ziemlich großartig auf jeden Fall, ja. Ja, und solche Sachen hast du ganz, ganz viel. Ganz viele Anekdoten, ja. Ich hatte, ich hatte mir eigentlich so einen Punkt hier aufgeschrieben und meine Notizen Highlights. Aber ich kam dann gar nicht mehr hinterher, deswegen habe ich mir dann noch so ein paar Stichwörter hier aufgeschrieben. Was man vielleicht auch immer sagen sollte, also er wechselt halt oft zwischen dem, äh, zwischen den Zeiten auch so ein bisschen, ne. Das heißt, er ist gerade in irgendeiner Geschichte in der Schauspielschule und das erinnert ihn dann aber wieder an irgendwas aus seiner Kindheit. Dann erzählt er das, das erst, diese erst mal geht dann wieder zurück zur eigentlichen. Also er, er springt schon mal manchmal so hin und her, bis er dann so eine Geschichte, ähm, zu Ende erzählt hat, ne. Aber das ist ja auch... Stimmt, das hat man auch häufig, ja. Ja, aber das ist ja auch ganz schlimm. Er erzählt viele Geschichten, wie seine Großeltern waren, als er noch ein Kind war oder wie sie mit der Mutter umgegangen sind und wie da das Verhältnis war und so. Und macht dann immer so Intermezzo oder so einen Ausflug dann in diese Anekdoten hinein, so, ne. Aber das ist ja total, ähm, das stört jetzt, finde ich, gar nicht so, ne, weil es passt. Und zur Schauspielschule hatte ich mir auf jeden Fall dann noch aufgeschrieben, die Szene, wo sie dann als, ähm, quasi Erstsemester das Theater unterstützen sollen. Also direkt neben der Schauspielschule ist halt auch so ein sehr renommiertes Theater. Oh ja. Und da wird dann der Goethe, äh, der Faust gespielt. Und dann ist es immer so, dass die Erstsemester immer in der Szene auf dem Hexenberg, in der Valpurgis, auf der Valpurgisnacht, müssen sie dann immer die Teufel spielen, die quasi, ja, wie so eine Art Orgie da auf dem Berg, auf dem Brocken machen. Und dann, da kriegen sie halt Kostüme, ja, und sie kriegen, sie kriegen halt tatsächlich, ne, so riesige Theater-Dildos dann umge, äh, umgeschnallt. Und die Mädchen kriegen große Plastik- oder Silikonbrüste, müssen die sich anziehen, ne. Und dann ist da dieser eine Lehrer, der, äh, ich glaube, Larry oder so. Ja, Larry hieß der, genau. Larry, der sie dann quasi wie ein Wahnsinniger dazu antwortet, anfeuert, irgendwie durchzudrehen und richtig rumzupoppen und rumzuwitzen wie die Teufel. Ja, fast wie so ein Pornoproduzent, ne. Ja, also wie so ein Pornoproduzent. Und da kein Blatt vor den Mund nimmt. Und da ist bei ihm die Grenze erreicht. Dann ist bei ihm genau die Grenze erreicht. Er wollte eigentlich rausgehen, er kriegt da aber von dem Gernot so einen Blick zugeworfen und schwenkt dann doch noch um und sagt, okay, ich mach's. Ja, und dann geht's ja auch noch so weiter, dass die, dass dann die mitbekommen, die, äh, die Großeltern, dass er da seine erste Rolle auf der Bühne hat. Also als Statist im Hintergrund halt, ne. Aber immerhin und wollen dann unbedingt dabei sein. Sind total begeistert, sind total begeistert. Mensch, der Faust, ne. Und dann, dann sagt er ihnen aber, wie lange das geht. Das geht sechs Stunden. Und dann, was, sechs Stunden? Okay, ja, dann geht das leider doch nicht. Und er ist erst, hat's geschafft. Ja, das ist, glaub ich, auch mit einer meiner Lieblingssequenzen, diese ganze Geschichte. Und da ist nämlich auch irgendwie dieses, die Art und Weise, wie er erzählt, ist da einfach so gut, weil das einen mit richtig so rein saugt. Und wie er das Ganze, er erzählt so sehr blumig und mit genau den richtigen, sehr farbenfrohen Worten, Bild- und Metaphernreich. Das ist sehr hilfreich einfach. Also da hast du einfach die Bilder, du hast es genau vor den Augen immer so alles, ne. Ja, und es verlässt ja auch immer wieder, also klar, es ist ein Hörbuch, also es wird so vermarktet, aber eigentlich ist es ja mehr so eine Art Vortrag oder so. Ja. Du hast halt ständig die Reaktion des Publikums, gerade hier lachen die sich halt auch echt kaputt. Ja, auf jeden. Und du hast so ein paar Stellen im Hörbuch, wo er ja auch aus der Rolle des Erzählers ausbricht und selber nochmal einen Kommentar dazu gibt. Ja, stimmt. Das hat mir auch immer richtig gut gefallen. Ja, 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 genau. Das fand ich immer besonders gut, so, wenn er selber dann nochmal, selber nochmal über eine Szene lachen muss oder irgendwas hinzufügt oder so. Das fand ich auch sehr gut, ja. Genau, und ich glaube, das ist es dann irgendwie im zweiten Jahr hat er, muss er sich dann auf eine bestimmte Rolle vorbereiten. Das ist dann dieses große Ding, dass du als Schauspielschüler dich quasi auf eine eigene Rolle dir erarbeiten sollst und das funktioniert aber auch überhaupt nicht bei ihm irgendwie. Kommt es fast irgendwie so ein bisschen zum Erklar, dass er mit der Gretchen Kinski da immer intensiv übt und leider, es wird irgendwie gar nichts und dann hat er einmal so einen richtigen Ausraster und ist es fast so, dass sie ihm irgendwie nochmal sagen, hey, überleg dir das, ob du wirklich hier sein möchtest oder so. So genau habe ich es nicht mehr vor Augen, aber er zerdeppert auch alle Stühle. Genau, er zerdeppert die ganzen Stühle da und es ist so ein bisschen so, ja, was ist eigentlich, also oder es ist nicht ganz so hundertprozentig bei ihm, ob er, er ist glaube ich sich selber auch nicht so sicher oder so. Also dieses Hadern, das ist auf jeden Fall da immer noch sehr präsent. Ja, er ist auch die ganze Zeit, gerade in den ersten beiden Jahren, auch die ganze Zeit gedanklich noch bei diesem Schwesternwohnheim und findet das auch alles richtig zum Kotzen zwischendurch. Also er fühlt das halt auch überhaupt nicht bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich ist dieser Punkt auch irgendwann überschritten und dann, dann kommt er da sehr gut rein in diese, in diese Thematik, aber vorher. Und irgendwie schließt er es dann doch ab, also da den Schluss, die Schlusszeit in der Schauspielschule habe ich jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung, aber er schafft es dann. Nee, da ist bei mir auch die Erinnerung schon so ein bisschen weg. Wir müssen es ja auch nicht komplett, komplett durcherzählen alles. Nee, auf jeden Fall nicht. Also, aber das sind so die beiden Haupthandlungen, ne? Schauspielschule abwechselnd mit den Eindrücken aus dem großelterlichen Haus. Er macht diese ganzen Trinkgelage, die wir da haben, macht er ja auch alle mit. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also eigentlich, während seiner ganzen Schauspielausbildung ist er die ganze Zeit nur am Bechern, ey. Am Bechern, ey. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und erzählt dann im angetrunkenen Abendlicht des Wohnzimmers dann von seinem Alltag oder von seinem Tag aus der Schule, ja. Wollen wir dann mal zum Ende des Buches kommen? Oder hast du jetzt noch irgendwas zu ergänzen? Nö, ich könnte jetzt nochmal, ich hatte mir zwei Zitate rausgeschrieben. Ich könnte nochmal vielleicht einmal diese Passage vorlesen, wie der Großvater Gymnastikpfand macht. Oh ja. Das fand ich am Anfang, die hab ich vorhin auch nochmal, ja, ja. Das fand ich nämlich ziemlich super. Und zwar hat sie ja schon gesagt, ne, genau, seine Großmutter hat dieses kaputte Bein und dann ist sie morgens, massiert sie das immer, ne? Mit irgendeinem Mittel auch und er schreibt es immer so, sie massiert die Schmerzen quasi, versucht sie aus ihrem Bein raus zu massieren. Und er hat dann irgendwie gerne sogar an der Tür mal auch als kleines Kind gelauscht, ne? Wenn er dieses Schmerzensstönen irgendwie gehört hat, irgendwie hat er ihnen das angezogen. Und dann dagegen erzählt er jetzt von der Gymnastik seines Großvaters. Der macht nämlich auch jeden Morgen Gymnastik. Lege ich mal los. Dagegen war die allmorgendliche Gymnastik meines Großvaters, der eremitierter Professor der Philosophie war, eine abstruse Gymnastik-Simulation. Er trat mit schlohweißen, von der Nacht aufgestellten Haaren auf den Balkon hinaus, im Sommer hin und wieder sogar mit Unterhose. Er sah aus wie ein vom Heiligen Geist erleuchteter Eremit. Er war überraschend behaart. Nach ein paar tiefen Atemzügen begann er seine Turnfahrt der Jahren Gedächtniskoreografie. Durch sein hohes Alter waren diese Übungen nur noch Andeutungen der einst mit Schwung und Elan geturnten Bewegungen. Auf seinen altersdürren Streichholzbeinen machte er ein paar Kniebeugen und ging dabei aber nur Zentimeter in die Knie. Und dann legte er sich die Hände in die Hüften und ließ sie sachte kreisen wie ein leicht schwuler Gelehrter, sah er dabei aus. Ein klappriges Männchen auf dem Balkon mit Morgensonne im Haar. Er streckte die weißen Arme in die Höhe, machte eine Windmühle und drehte den markanten Kopf hin und her. Manche Übungen waren kaum wahrzunehmen und minutenlang stand er dann einfach nur da und turnte innerlich. Dann kam der sichtbare Höhepunkt. Er griff sich mit beiden Händen unter in eine Kniekehle und zog sich das Bein vor die Brust. Er hielt es einen Moment fest, ließ es langsam los und streckte es und legte das Bein seitlich auf dem Balkongitter ab. An seinem schmalen Brustkorb traten die Rippen hervor. Sehr langsam ließ er den Kopf in den Nacken sinken, hob die Hände in die Luft und bewegte sich dazu leicht die Finger. Mit Blick in den Himmel öffnete er den Mund und schien auf eine göttliche Gabe zu warten. Also das war wirklich genau das war die Passage und da musste ich auch einfach nur lachen. Du hast dieses Bild einfach direkt vor dir. Ja, das ist auch einer meiner Highlights gewesen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann auch mal so langsam zum Ende und zu unserem Fazit. Wir können ja gerne nochmal darauf eingehen, was es mit diesem doch recht merkwürdigen Titel auf sich hat. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und zwar kommen wir da jetzt auch zu den ersten Schritten, die er überhaupt im Schauspiel selber macht. Da kommen wir jetzt hin und zwar hat er am Anfang auch noch überhaupt keinen richtigen Rollen. Also er macht teilweise nur so ganz kleine Sachen, nur immer so irgendwelche so, ja, Statist im Hintergrund und so. Ja, genau. Also erst ist er sogar gar nicht, also erst ist er, glaube ich, eine ganze Zeit quasi, ja, wie arbeitslos, so, ne, nach der Schauspielschule. Ja, wohnt dann immer noch bei seinen Großeltern und ich, die ersten Rollen. Und dann kriegt er ja nochmal von der Gretchen Kinski kriegt er einen Anruf. Hier in Kassel suchen sie einen Anfänger. Ja, genau. Und das ist dann diese, ne, wo er dann eigentlich aber sehr wenig Sätze nur hat und so, ne. Und genau, die Verabschiedung von seiner Großmutter, warte, hatte ich mir auch aufgeschrieben, schön, mein lieber Lieberling, du verlässt uns. Also das ist auch wieder so diese, immer dieses zweischneidige, auf der einen Seite herzliche, auf der anderen Seite irgendwie doch immer noch so einen kleinen Stich hinterher, so, ne. Also das ist auch wieder so ein typisches Großmutterzitat gewesen. Ja, so erbarmungslos ehrlich kann auch sein, ne, bis es halt schon fast weh tut, ja. Ja, ich hatte das ja ganz am Anfang auch schon erwähnt. Das wäre jetzt vielleicht auch noch ganz wichtig. Sein Vater stirbt ja dann auch im Laufe der Geschichte. Und wir erleben zum Schluss auch sehr detailliert beschrieben den Tod der beiden Großeltern mit, gerade beim Großvater, wo sich der Prozess ja wirklich ewig hinzieht. Und da auch fast schon wieder so eine Komik reinkommt, weil, ja, es wird dann irgendwie so beschrieben, er hat sein ganzes Leben lang, war er nur aktiv, er hat nur geackert, er hat immer, er hat nur die ganze Zeit gemacht im Grunde und jetzt im Sterben chillt er so ein bisschen. Ja, hierzu muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dass mich das tatsächlich sogar ein bisschen peinlich berührt hat oder mich so ein bisschen hat unwohl fühlen lassen. Also diese ganze Umschreibung, wie die beiden halt sterben, wie die auch so dahin siechen. Weil ich da fast das Gefühl hatte, hier teilt jemand so privates und intimes Familienwissen mit einer Öffentlichkeit. Da wurde mir wirklich ganz mülmig. Also da kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das so die Großeltern selber erst mal so toll gefunden hätten im Nachhinein. Und auch die Familie generell nicht. Also da war ich schon so, Brudi, ey, das ist jetzt, das hätte vielleicht nicht so sein müssen. Das war schon krass, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also für mich war es so, auch so ein Zwischending, ich fand's, ich weiß nicht, ob mir so unwohl direkt war, aber ich hab das auf jeden Fall gemerkt oder auch so wahrgenommen, dass es schon eine sehr brutale, ehrliche, intime Schilderung auf jeden Fall ist. Ich finde aber, dass er sehr sowieso sehr viel Ehrlichkeit in der Beschreibung von Menschen oder auch von sich selber an den Tag legt. Also er macht sich ja auch selber in dem Buch sehr seelisch, sehr nackig, ne? Indem er seine ganzen Ängste und seine ganzen, sein ganzes Inneres fast so ein bisschen, ja, wie nach außen kehrt. Und das, man erfährt quasi da seine, ja, seine ganzen Gedanken. Okay, ob es seine ganzen Gedanken sind, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall hat man einen ziemlich guten Blick in ihn hinein. Und deswegen finde ich das fast auch so ein bisschen konsequent, dass er das ja auch manchmal bei anderen Menschen, wenn er andere Menschen beschreibt. Ich weiß zum Beispiel noch, sein Vater ist ja recht ein dicker Mensch, der immer viel isst. Und genauso hat er ihn auch im Buch bezeichnet. Also mein fetter Vater, sagt er dann so, ne? Aber das ist gar nicht so, das kommt nie so abwertend drüber. Also, oder auch, ne? Nee, das nicht. Auch wenn er jetzt seinen Großvater irgendwie als klappriges Männchen bezeichnet, so, ne? Es ist irgendwie immer so, so ganz wie, als wenn ein Kind einfach das beschreibt, was es sieht, so kommt er mir immer so vor, ne? Oder sein, so ein ganz impulsiver Eindruck von dem, wie er die Dinge so empfindet, ne? Und ja, deswegen finde ich das, es ist auf jeden Fall krass. Klar, man weiß nicht, wie da so die Familie zusteht, wenn da die Geheimnisse so, oder was heißt die Geheimnisse, aber wenn das so detailliert beschrieben wird. Aber ich finde, es passt schon ins Buch, weil mir kommt es nicht fehlplatziert vor, sagen wir es mal so. Ob es dann, sag ich mal, angemessen ist, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage, ja. Ja. Oder ob man sowas darf, aber, ja. Ja, es war jetzt auch eine persönliche Empfindung. Also es bezieht sich hier tatsächlich auch nur auf diesen ganzen Sterbeprozess, wie die Familie damit umgeht. Und hier verlassen wir ja auch die Ebene, dass es halt nur um ihn geht, sondern hier greift es halt in die ganze Familienchronik, wenn man das sagen kann, ein. Ja, aber du, vielleicht hat er ja auch mit seiner Mutter gesprochen und hat sie gefragt, ey, ist das in Ordnung, wenn ich darüber rede, öffentlich? Das glaube ich schon, dass er das gemacht hat. Da ist er schon sensibel genug oder empathisch genug, glaube ich, das vorher irgendwie so abzusprechen. Also ich denke mir auch, für mich ist dieses Buch eigentlich so ein bisschen wie so eine Hommage oder so ein Denkmal an seine Großeltern, ne? So ein bisschen. Und deswegen ist das auch dieser Abschluss dann irgendwie, finde ich, nur konsequent, das dann auch so bis zum letzten Ende irgendwie so auszuerzählen. Auf jeden Fall ist er sehr stark geprägt durch den Tod jetzt von vier Leuten, seines Vaters, seines Bruders und den Großeltern und ist dann selber auch ziemlich düster drauf, wenn ich das so richtig empfunden habe. Und die erste richtige Rolle, die er dann auch für sich selber entwickelt, ist der Wärter aus Goethe, also ganz heiß die Geschichte, die Leiden des jungen Wärters, der sich zum Schluss nach vielem Hadern und Leiden erschießt. Ich bin vorher auch nochmal gerade in den Artikel reingegangen, also habe mir nochmal gerade die Geschichte so ein bisschen angeschaut und im Original ist es eigentlich so, dass er sich halt erschießt und dann ist er aber noch nicht richtig tot und stirbt irgendwie erst am nächsten Tag. Er wird sogar noch gefunden, halb lebendig da irgendwie. Aber hier in der Geschichte stirbt er auf jeden Fall. Und wenn ich mich richtig entsinne, spielt er diese Rolle über 170 bis 300 Mal ungefähr. Sehr, sehr oft, ja. Sehr, sehr häufig. Also ich glaube, es kann sogar vielleicht über 300 Mal sein. Genau, ja. Und das ist so die erste Rolle, wo er selber auch total drin aufgeht, weil er hatte vorher immer das Problem, richtig Emotionen zu zeigen, auf der Bühne zu weinen, auf ... Was war denn noch? Da war doch noch so ein Punkt. Ich glaube, das Lachen ging ihm dann auch irgendwann abhanden oder sowas, ne? Ja, insgesamt so ein bisschen Verkrampftheit oder die Gefühle eigentlich gar nicht so zulassen zu können, auf der Bühne zumindest. Es gibt ja einmal auch eine ganz, ganz großartige Szene. Sorry, Leute, dass wir gerade so ein bisschen hin und her springen, aber die Erinnerungen kommen gerade an wieder. Einer meiner absoluten Lieblingsszenen ist auch, wo er das erste Mal so richtig, wo seine schauspielerischen Qualitäten richtig anerkannt werden ist. Und da gehen sie den Theaterfundus durch. Ich will jetzt gar nicht die ganze Szene groß umschreiben. Auf jeden Fall findet er da ein Kleid, so ein sehr, sehr glamouröses Kleid. Ja, und das passt ihm halt. Ja, und mit den Jetten und so, ne? Ja, genau. Und auch mit so spiegelnden Elementen, so kleinen Spiegeln dran angebracht und sowas. Und das passt ihm halt wie angegossen. Und mit dem ist er dann auf der Bühne und alle sind komplett von den Socken und bejubeln ihn. Genau, dieses Kleid soll dann halt auch versteigert werden und das erzielt er den Höchstpreis. Und das ist auch, ich glaube, das ist tatsächlich sogar mit fast meiner Lieblingsszenen, zumindest jetzt im Kontext von dieser ganzen Theatererzählung. Das ist schon sehr, sehr gut. Auch wer das so beschreibt, irgendwie so, dass der Arsch besonders dann betont wird, dann so, der Arsch will heute Abend noch was erleben. Ja, wir waren aber jetzt beim jungen Werther und um diese ganze Geschichte zu verarbeiten und auch diese, wir wollten ja gerade nochmal das mit der Lücke erklären. Er beschreibt halt auch, dass er in seinem Leben selber eben diese Lücke so wahrnimmt, wie eben auch dieser Werther, finde ich das jetzt richtig? Ja, doch, auf jeden Fall, das hat er so gesagt. Ja, wie auch dieser Werther in der Geschichte und er identifiziert sich halt auch sehr mit ihm und geht halt als Schauspieler auch komplett auf. Also er hat es auch, glaube ich, selber interpretiert und hat auch die Großmutter dazu geholt, die selber auch nochmal auf Band gesprochen hat und das wird dann auch immer wieder auf der Bühne. Also die selber die Sprecherin halt gibt in der Geschichte und auf der Bühne ist sie dann auch immer über die Kassette zu hören und er schießt sich halt so oft. Und das ist für ihn so ein, ja, fast wie so eine Selbsttherapie, ne? Ja, genau, so habe ich das auch wahrgenommen. Da fand ich auch nochmal ganz witzig, dass dann die Technikerin im Hintergrund, dass sie von seinem Spiel so ergriffen war, dass sie einfach vergessen hat, diesen Schuss abzuspielen von der Waffe. Und dann ist er da irgendwie ganz, ganz lange im Dunkeln und er schießt sich einfach nicht und hat das dann teilweise auch für einige Shows mit eingebaut. Ja, genau, dass es gar keinen Schuss irgendwie gab. Aber das war dann nochmal ein cooler, starker Abschluss irgendwie so, ne? Dass er da wirklich zumindest in dem Punkt wirklich schon mal für sich weitergekommen ist, ne? Ja, genau. Und dass das auch, ich sag mal, den Startschuss auch wieder bedeutet für seine ganze Karriere. Ja. Die ja wirklich, ja, glamourös war oder auch noch ist. Er ist ja nach wie vor auch noch tätig. Ja, und sich dadurch halt auch diesem großen Thema des Todes halt auch gestellt hat. Stimmt, ja. Durch dieses Schauspiel. Ich hatte ja gesagt, so das letzte Viertel ist so ein bisschen plätschern. Da gibt es zwar auch ein paar coole Geschichten. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass er so ein Buch oder so ein Bildband in einem ... Ja, das war, ja, das war stark, ja. Er in einem Buchladen halt gefunden hat und das hat ihn so sehr fasziniert, dass er gesagt hat, das will ich nicht kaufen. Das muss jetzt unbedingt geklaut werden, damit ich dem irgendwie gerecht werde. Und wie er das Ganze beschreibt und das Ganze drumherum, wo er sich auch wieder ganz schön zum Larry macht. Er wird ja verfolgt dann vom Kaufhausdetektiv irgendwie, ne? Ja, 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 in seinem dicken Mantel und so. Aber wie sehr er das auch plant und mit wie viel Leidenschaft er da reingeht und wie er diesen Bildband da aufschreibt. Richtiger Heist-Movie wird das dann ... Da kommt mal ein bisschen Action auf in dem Buch. Das hat mir sehr, sehr gut auch noch gefallen. Also das gehört auch zu meinen Highlights, diese ganze Szene rund um den Klau dieses Bildbandes, ja. Ich fand's im Buch immer aber ganz schön zu wissen, okay, auch wenn es irgendwie fast so ein bisschen die Erfahrungen, die er zumindest als Schauspieler angehender Schauspieler macht, die meiste Zeit so eher so von so einem, ja, von Versagen und Unfähigkeit, scheinbarer Unfähigkeit irgendwie geprägt sind. Finde ich es immer ganz gut zu wissen im Hinterkopf, ja, okay, ich weiß ja, dass er es dann später noch geschafft hat, ne? Jetzt, weil ich weiß ja, dass er jetzt Schauspieler ist und dass er das alles überwinden kann, diese Ängste und diese Furcht, die er da hat. Und das finde ich immer dann irgendwie ganz gut, das im Hinterkopf so zu wissen, weil sonst wäre es echt so ganz schön hart, so, finde ich. Weil es ist schon ganz schön hart auch zwischendurch, ne, dieses Ringen mit sich selber. Ja, und auch diesen großen Verlust, den er dann immer wieder erlebt, wo er dann ja auch fast dran zerbricht, bis er dann halt eine Art und Weise mitgefunden hat, die auch recht morbide ist, sag ich mal, aber dann noch eine recht radikale Weise gefunden hat, damit umzugehen. Ich war auch nochmal jetzt in Vorbereitung auf das Thumbnail für die Folge, habe ich mir sehr, sehr viele Bilder nochmal von ihm angeschaut und er ist auch sehr, sehr charismatisch, muss ich sagen, und hat eine Ausstrahlung, so, ne? Ja, das kommt sicherlich von der Familie, also die Großmutter, die hat, ist ja wirklich auch, also wenn man die, ich habe die mal geguckt, wo man sie sehen kann, man kann sie sehen in ein paar Tatortfolgen, nee, nicht Tatortfolgen, sondern Derek, alten Krimi-Folgen. Derek und der Alter, da hat sie mitgespielt. Genau, Derek und der Alte, die hat schon sehr strenge Ausstrahlung, aber man merkt auch so sehr kräftig und sehr einnehmend, so, ne? Also, das ist schon, finde ich schon krass. Ja, und er liebt auch seine Großeltern, gerade auch die Großmuttern, also, das sind für ihn absolute Vorbilder und das hat ihn auf jeden Fall auch sehr geprägt. Ja, voll. Ja, wie gesagt, Philosoph ist und, ja, sich viel Gedanken um Mensch und Gesellschaft macht, sagt er eben nochmal sehr eindringlich so, und zwar ist es das Teilhabe halt am Leben. Was Teilhabe am Leben bedeutet für den Großvater und zwar sagt er, ja, Teilhabe ist Bestandteil in dieser Welt zu sein und nicht nur so ein unverbindlicher Beobachter eigentlich zu sein, der nur die alltäglichen Phänomene beobachtet und darüber staunt, sondern dass dieses Ring mit der Welt quasi so eine Lebensaufgabe an sich ist. Und wenn man wirklich Erkenntnis über Dinge haben möchte, dann geht das nur, indem man sich wirklich selber auch involviert und teilhat und nicht nur wie so ein neutraler Beobachter ist und das fand ich auch nochmal ziemlich stark. Ja, auch für mich selber habe ich das so ein bisschen auch nochmal mitgenommen. Man nimmt auch für sich selber eine Menge mit. Und 2017 ist mir noch eingefallen, habe ich hier stehen, ist dieses Hörbuch zum Deutschen Hörbuchpreis in der Sparte Beste Unterhaltung nominiert worden. Genau, genau, das hat nämlich auch nochmal gut abgeräumt, ja. Das war zu seiner Zeit damals ziemlich erfolgreich und heute haben wir es für euch nochmal rausgekramt. Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr für diese Empfehlung. Ich habe mich ja auch gleich auf den ersten Band gestürzt. Also auch der hat mich bisher überhaupt nicht enttäuscht, der ist auch sehr unterhaltsam. Ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn es mal dahin geht, wie er diese ganze Zeit auf dem Gelände der Psychiatrie erlebt hat. Ja, da bin ich auch gespannt, ja. Da habe ich richtig Bock drauf, so. Also echt, also ich habe das jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es tatsächlich da so viele Bände noch gibt und bin ich sehr froh darüber. Ja, fünf insgesamt. Fünf Stück, ja, ja. Das ist schon stark. Gibt es noch einiges, was man sich da, was man sich da zu Gemüte führen kann? Ja, dann wie gesagt, vielen Dank für die Empfehlung. Sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Also ich hatte wirklich viel Spaß damit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war aber am Anfang so, hm, wie lange wird denn jetzt die Folge? Vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so? Ja. Ja, hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Es sind auf jeden Fall noch einige Themen geplant jetzt, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. So ganz genau weiß ich das jetzt auch noch nicht. Auch diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Spannend. Okay, dann auch euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das schon vielleicht kennt oder was eure Meinung dazu ist oder ob ihr durch uns jetzt vielleicht sogar darauf gestoßen seid. Dann, ja, habt es noch schön, wo auch immer ihr gerade seid und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.